Bitte folgender Hinweis, legt euch auf den Rücken, das ist die einfachste Methode, wenn ihr es schon mal geübt habt, auf dem Wasser zu halten. Einfach die Arme, den einen Arm ein bisschen bewegen und die Hand ziehen. Ja, ich höre schon, die Frage nach der Teilnehmerzahl werden wir euch gleich beantworten, wenn ihr im Wasser seid. Ich wollte auch nochmal einen Satz sagen zum Thema Eis. So, meine Damen und Herren, werden wir uns im Saar und vor dem Artikel entspannen wollen. Wir kommen jetzt nochmal bei wirklichen Informationen. Wir bitten mal an, dass sie jetzt schon auf den Stufen stehen, die mal langsam weg von den Stufen zu legen und hier in diesen Vorstadtbereich zu kommen. Nochmal eine Information zu diesen Büschen. Also, wir haben wie gesagt vor den letzten Tagen hier die Möglichkeit geschaffen, dass wir direkt hier aus der Herzer kommen und hier abdüchen können. Es ist nur eine Branche da, hier wird jemand stehen. Macht das einfach. Ja, das ist gleich ein Seifenwasser angereichert. Ja, sehr schön. Nein, wir sollten das frische Wasser abdüchen und nochmal die Empfehlung von unserem Chef. Wer sucht euch raus? So, wir sagen, hallo, das ist im Namen Sie wohl. Hallo, hallo, das ist im Namen Sie wohl. Wir sagen, jetzt geht's los. Wir gucken und dann geht's los. Hallo, können wir mal drauf hören? Hallo, können wir mal drauf hören? Die Stimmung ist gut. Jetzt geht's los. So, wir haben die 2-3 Sekunden. 2 Sekunden. Die Kaffee So, ganz gut, die sind schon vorne weg. Das sieht ganz schön aus, ne? Ja. So, ganz schön aus. 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 Ich weiß nicht, dass wir den Westen noch bezogen werden, irgendwie. Das ist der Hauptpunkt, die Westen. Automatisch. Kann man manuell machen, dann reißen wir auf, oder ... ... aber extrem. Und dann sind die wirklich Westen angekommen. Die, äh ... ... haben Sie ja leider nicht geglaubt? Ja. Dann geht's dann mit dem Stau raus. Mit der Elbeck. Unglaublich. Was? Ja, wir gehen gleich oben aufs Gerüst raus. Wir müssen mal eine Tasche mitnehmen. Machst du das mal machen, Stefan? Du? Philipp Gläser, ein Lokalmann, also ein Schweriner hier in Führung. Das ist ja unglaublich. Das ist ja Wahnsinn. Philipp Gläser, wo ist denn Michael hier in der Liste? Ich würde gerne auch die Namen dann in den Stauern machen. So. Jawohl. Und Applaus auch von den Fuga-Besuchern. Jawohl. Der Sieger, der Gesamtsieger des 50 Schweriner Langstrecken 5 kommt hier rein. Und der Sieb. Na, ihr wisst es noch nicht. Wir können nicht vorgreifen. Ich brauche hier im Spielbereich noch mal. Ich brauche hier im Spielbereich noch eine Kette eine Kette. Wir müssen kurz die Kette. Die Kette.